Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was müsste sich ändern, damit sie zusammenbrechen könnten? Ich müsste mich wahrscheinlich ändern, oder? Oh, du kannst doch nicht Leute so anflirten und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Das geht nicht. Ich habe dich gar nicht angeflirtet. Natürlich, ich war nur freundlich. Okay, aber das ist nicht freundlich, das ist scheiße. Okay. Fitnesscamp, Hardcore, ist es Hardcore? Sag mal, ich gehe einfach mit Anna schwimmen. Nee, du gehst jetzt bestimmt nicht schwimmen. Kannst du jetzt nicht klammern. Mach dich jetzt rar. Distanz schafft Nähe. Ja? Komm mir doch mal nach. Ach so, ich dachte, du willst vielleicht, dass ich gehe. Wie sollst du mich denn verfolgen, wenn du die ganze Zeit neben mir stehst? Ich blieb das Spiel nicht. Doch, doch, doch. Dann komme ich dir jetzt nach. Verteilt euch! Verteilt euch! Scheiße, Entschuldigung. Ehrlich gesagt war das jetzt für mich ein bisschen zu schnell. Ich bin ein bisschen überfordert. Wie, dir ging das schnell? Oh, no, it's just a bunch of days. Oh, no. Wie machen wir denn jetzt? Willst du dich trennen? Willst du dich trennen? Nee, willst du dich trennen? Ich finde, wenn Dinge gehen wollen, dann muss man sie auch gehen lassen. Was ist mit uns los, Hensi? Wir haben wieder da eine Fahrt. Nein, 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 nein. Hans, jung, klein. Bleiben wir einfach hier drinnen in unserer Beziehungshöhle. Was haben wir jetzt alle mit Beziehungshöhle? Bis zum nächsten Mal.